Episode 127, Duell der Ausrüster. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und auch heute wieder mir gegenüber Stefan, Mann der Leidenschaft, Adlmann. Hallo, Alex. Hallo. Was ist denn deine Leidenschaft eigentlich im Leben? Ist Fußball? Meine Leidenschaft im Leben? Ja, es gibt natürlich die... Meine Familie ist meine Leidenschaft, aber der Fußball ist dann auch eine große Leidenschaft. Ja, ein bisschen ein Beruf, muss man in deinem Fall sagen. Ja, ja, ja. Aber ist es die große Leidenschaft? Ja, würde ich schon sagen. Ich tue auch viel gerne Nachrichten dessen. Ja, das mag ich schon gerne. Lesen. Und am liebsten zuerst mit der Familie was machen, dann Nachrichten lesen, dann kicken schon. Dann passt der Tag. Hört sich auch nicht schlecht an. Ja, absolut. Alex, wie geht's dir? Sehr gut. Man hätte sich zum Beispiel fragen können, was meine große Leidenschaft. Nein, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Wie geht's dir? Ich hätte auch nichts gewusst. Wie geht's dir? Ja, eh gut. Dankeschön. Fußball ist wieder. Ja. Rächste Zeit. Fußball ist wieder... Wir sind wieder regelmäßig zurück. Und wir freuen uns, weil wir sind wirklich, glaube ich, gut energiegeladen. Es passt. Die Themen sind gehäuft. Ja. Der Redetrang ist da. Der Redefluss. Wir haben es geschafft, dass in deinem feinen Studio die Temperatur, glaube ich, um 8 Grad weniger ist als beim letzten Mal. Nur mehr 32 Grad. Immer noch 15 Grad zu warm. Aber wir haben es geschafft, dass wir es auf eine unangenehme Temperatur anwarten. Warten nur, bis im Winter nichts einhat. Dann wirst du dich wieder gefreien auf dem Sommer, was du zweifelst. Ich kann endlich wieder Rollkragenpuller anziehen. Ja, muss aber nicht sein. Nicht? In Tokio war gehören. Gut, Alex, um das soll es ja nicht gehen. Episode 127. Es geht aber schon um Kleider, die Leute machen, oder? Eigentlich. Das stimmt natürlich. Ich möchte dich das fragen. Und zwar, du weißt es natürlich, aber was haben das Nationalteam von Barbados und Austria-Kloggenfurt gemeinsam? Kokosnüsse. Nein, nicht Kokosnüsse, sondern den Ausstatter Capelli Sport. Und nachdem wir noch immer am Ende einer Sommerpause waren, die recht kurz war mit der Europameisterschaft und Olympia und mittlerweile eigentlich alle ihren frischen Zwirren haben für die nächste Saison oder für die kommende Saison, haben wir uns trotzdem gesagt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um uns dem Zwirren zu widmen. Das heißt, heute geht es nicht um die Leute, die im Gewand drinnen stecken, heute geht es um das Gewand, das um die Leute herumsteckt. Und wir schauen uns heute an das Duell der Ausrüster. Das heißt, wir blicken ein bisschen auf eine ganz, ganz kurze Exkurs, die Anfänge der Tasslers und Nikes dieser Welt. Wir schauen uns die aktuelle Situation an in Europa, in Österreich. Wir schauen uns, haben wir eine Fleißaufgabe gemacht. Wir schauen uns die Preise der österreichischen Bundesligisten an und welchen Flieder die ihre Trikots verkaufen. Insofern sage ich schon mal verraten, billig wird es nicht. Billig wird es nicht und es gibt die eine oder andere spannende Überraschung, also bleibt es dran. Und was wir auch machen, wir werfen natürlich auch einen Blick auf die durchaus sehr stark ausgeprägte Dunkelseite dieses Themas, wenn es darum geht, Müllberge zu produzieren. Also keine reine Feelgood-Episode. Keine reine Feelgood-Episode. Also für alle, die nur Interesse an einer Feelgood-Episode haben, wir werden es früh genug sagen, wann ihr ausschalten könnt, wenn es dann quasi zu negativ wird. Das passt. Genau. Und weil wir ja positiv beginnen wollen, von wegen Feedback-Sandwich und so, wir starten mal was aus dem Gassen, dann geht es ins Negative, dann kommen wir wieder mit was klassen, spannenden Bogen. Habe ich mir gedacht, ich weise mal wieder zum zehntausendsten Mal mit Duellaufsendung, glaube ich, auf Welcome to Wrexham hin. Welcome to Wrexham, das ist diese Doku, die auf, ich glaube, Disney läuft und sie mit dem Wrexham AFC beschäftigt, der hauptsächlich dadurch bekannt ist, weil er sehr prominente Eigentümer hat, nämlich den Rob McElhinney und den Ryan Reynolds. Und es wird immer besser, kaum zu glauben. Es hat natürlich super stark angefangen, weil jetzt haben wir gerade in der Saison 22, 23, das heißt, sie haben frisch verpflichtet den AV Oconco und wie sie den in der Serie vorgestellt haben, sind sehr viele Ausschnitte gewesen vom Cupsieg, vom Ersten, von Sturm und so und es ist natürlich cool, aber es gehen die Geschichten echt nicht aus. Und zwar ging es diesmal um einen Superfan von Wrexham, der seit 92 Jahren ins Stadion geht. Wirklich? Und seinen 100. Geburtstag im Stadion gefeiert hat, mit 100 Sekunden Standing Orations. Und wenn es da nicht fast zum Rennen anfängt, dann weiß ich auch nicht, wo. Der Typ ist seit sieben Jahren, der ist ins Stadion gegangen, 92 Jahre. Wow, wow, wow. Und es ist durchgehend dokumentiert, es gibt ganz viele Fotos. Wirklich? Das ist wirklich unglaublich schön. Ja, finde ich gut. Aber das war jetzt gar nicht so sehr, also das ist cool, das ist das Feelgood-Ding, aber was mich noch viel mehr beeindruckt hat vom richtig geilen Storytelling, um das ein bisschen auszuführen. Stell dir vor, in der Frauenmannschaft von Sturm oder Rapid, das ist ja was, spielt die Tochter bei Sturm von Mario Haas oder Rapid von Steffen Hoffmann oder so. Also von einer Legende die Tochter. Und leistungsbezogen haben sie den Vertrag von dieser Tochter nicht verlängert. Und das haben sie auf Sendung mit den Protagonisten, also mit der Tochter und mit dem Vater, mit dem Prominenten, aufgearbeitet. Und zwar extrem seriös, extrem professionell und ehrlich und offen. Aha, okay. Und ich habe mir gedacht, wenn du so eine Geschichte zeigen kannst, kannst du alle Geschichten erzählen, weil den 100-Jährigen, das erzählst du dir für selber, aber dass du quasi die Tochter einer Vereinsikone leistungsbezogen aus dem Verein aussortierst, harte Geschichte. Aber das heißt, es ist durchaus auch, wo man was lernen kann. Also ich finde es richtig, also wirklich eine richtig coole Serie. Es ist mittlerweile so, dass ich wirklich sagen muss, einer meiner liebsten Fernseher. Ja, finde ich gut. Was hast du mitgebracht? Ich habe ein kleines Thema mitgebracht, das ich sehr, sehr positiv gefunden habe und deswegen wollte ich das weitergeben. Und zwar eine Initiative bei Schalke. Und zwar sind die hergegangen und haben jetzt den Preis von Wasser im Stadion drastisch reduziert. Das heißt, du kriegst jetzt einen halben Liter Wasser um zwei Euro, was vormals 4,20 Euro gekostet hat auf Schalke. Und wo sie, glaube ich, in Graz auch irgendwo in dem Bereich unterwegs sind, zahlst du zwei Euro für einen halben Liter Mineral, gesprudelt oder still. Und ich finde das cool. Das ist für mich ein ganz kleines Detail, aber eine Initiative, die ich richtig, richtig cool finde. Und du weißt, woher es kommt? Einerseits will man ganz einfach den Leuten einen einfacheren, unkomplizierten Zugang zu einem Wasser geben, wenn du in Zeiten, wo die Leute eh ohnehin strugglen mit den täglichen Einkäufen und Gelsenkirchen und die ganze Region ist jetzt nicht auf Rosen gebettet, zu sagen, hey, schau her, es soll dann auch noch, wenn du bei 35 Grad im August ein Wasser trinken wirst, dann auch noch fünf Euro hinlegen müssen für ein Wasser. Und ich finde das wirklich ganz, ganz großartig. Als ich das gelesen habe, war ich großer Fan und habe mir gedacht, okay, ja, es sollte wirklich der Zugang zu Wasser etwas ganz benibles sein. Aber es könnte ganz einfach sein. Macht Sinn. Ja, ist cool. Habe ich sehr schön gefreut. Jetzt fällt eigentlich nur noch die Winteredition davon, dass halt dann… Zum Rumtähe oder was? Ja, am 12. Dezember bei minus 10 Grad der Rumtähe billiger ist. Nein, ich finde das wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mitunter skandalös und man trinkt da hin und wieder mal gern was, wenn es einfach extrem heiß ist, aber es ist einfach skandalös. Du meinst, um nicht zu verduschen, um nicht zu sterben, keinen Kreislauf zu kriegen. Genau, und ich finde einfach das zu sagen, okay, das mache ich so einigermaßen niederschwellig und einfach wie möglich und das finde ich sehr, sehr löblich und ein Gruß geht draus an, wer auch immer sich das bei Schalke überlegt hat und das durchgeboxt hat. Clever, clever, ja. Gut, Stefan, wir starten in die erste Rubrik und das ist unser Getränk der Episode. Mh, das Getränk der Episode. So, also es geht ja heute um Marken. Da kommen wir nicht drum herum, weil wenn wir über Ausstatter reden, dann müssen wir über Marken reden. Und eine der bekanntesten Marken der Welt, haben wir gedacht, passt in dem Fall als Getränkesponsor, wir haben ein kleines Coca-Cola, wir haben Original Coca-Cola, deswegen ist von der Größe her so ein Mini. Schon lange kannst du mal trinken. Also ich trinke eigentlich noch nie Cola, du? Selten, aber wenn, dann freue ich mich immer sehr. Und aus der Dose schmeckt es ihm besser. Und das ist das mit dem extra Füllen sogar, also nicht irgendwie so abgeschwächt. Ah, sprudelig. Ein paar Birksis. Sehr gut. Sehr gut. Gibt's gar nichts. Aber es ist klar, du kämpfst da ein bisschen. Ja, ich bin gerade beim Trinken draufgekommen und das Cola gar nicht so meins ist. Ja, nein, das ist sehr gut. Aber ich denke gerade zurück, wir haben einmal irgend so ein Getränke gehabt, das waren noch ein bisschen süßer. Ja, wir haben noch viele Getränke in unserer Historie gehabt. Wir haben eins gehabt, da waren so Kugel da drin, oder? Das war so big. Das weiß ich nicht, aber wir haben ganz viel, ganz extrem süße Getränke gehabt, das ist das so okay, gut. Okay. Das ist ja, das österreichische Coca-Cola ist ja bei weit nicht so süß wie viele andere Colas. Das wieder lege ich sofort, weil das Marketing für Coca-Cola sagt was anderes, was steht drauf? Original Taste. Delicious and refreshing. Und wenn du da drauf gedrucken, wird es wohl stimmen. Glaubst du noch? Ich glaube nicht. Na gut, dann kommen wir zur nächsten Rubrik, das sind die großen Zehen. Wird es sein, dann geheißen, die großen, die großen, die großen Zehen, yes, yeah. Yes, yeah, die großen Zehen, Kult-Trikos. Nachdem das Thema extrem klar ist, erklär gleich, was bei den großen Zehen geht, ich hätte gesagt. Und zwar geht es darum, dass wir in jeder Episode zu einem Thema unserer Wahl, zehn Antwortmöglichkeiten haben. Du fünf, ich fünf. Wir wissen nicht, was der jeweils andere hat. Dadurch kommt es hin und wieder zu Überraschungen. Und heute geht es eben um die großen Zehen. Kult-Trikos und was wir nach 127 oder nach 126 in der 127. Episode spielfrei gelernt haben. Es ist immer eine besondere Herausforderung, ein optisches, visuelles Thema zu wählen. Weil jetzt können wir natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, nicht das zeigen. Außer natürlich schaut euch die Video-Version unseres Formats an. Genau, aber das heißt, man läuft immer natürlich, man muss immer abwägen, wo nimm jetzt auf meine Liste ein Trikot, das dann im besten Fall viele Leute kennen. Normalerweise ist das ja so, du schlägst öfters mal, wirst du auf LS vor und ich versuche es dann eher abzublocken, eben genau aus dem genannten Grund, weil man denkt, ja, ist natürlich cool, aber halt voll schwer. Aber diesmal habe ich sofort Ja gesagt, weil ich mir gedacht habe, Kult-Trikots für Leute, die sich schon lange mit Fußball auseinandersetzen, ist kein Problem, weil es gibt so viele Kult-Trikots, du sagst zwei Sätze und du weißt genau, wie das ausschaut. Und wenn nicht, weil es sind natürlich, also ich habe da schon Trikots aus 98, aus 90 und so, 91 und so, da gibt es ja Leute, die unseren Podcast-Hören, die waren da noch nicht am Router zu weiß auf der Welt, ne? Ja, das stimmt, ja. Und die kennen dann Google. Ja, die kennen Google. Genau. Sie hat was gelernt von. Ja, also zahlt sie aus. Gut. Es ist eine ungerade Zahl und das bedeutet, Stefan, dass du anfängst. Okay, cool. Ich finde das sehr konsequent, dass du das nicht. Das ist ja kein Schmäh, ich weiß das wirklich nicht. Weißt du, was meine Ilsesbrücke ist? Nein, ich weiß es ja gar nicht. Ich habe die hundertste Episode angefangen, verdurte ich. Das merke ich, meine ich, du versuchst mir gerade, nein, ich verstehe. Mein Platz 5 der großen 10 Kult-Trikots ist aus dem Jahr 1996 das Heimtrikot der englischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft aus zwei Gründen. Erstens mal hat es still echt Paul Gascoigne getragen. Es war ein ganz ein schlichtes weißes Trikot mit dunkelblauem Kragen. Damals hat man sich einer sehr weit getragen, die Trikots. Es hat nur XL-Trikots gegeben. Ich glaube, es hat nur XL-Trikots gegeben. Und was auch ganz großartig war, es waren Umbro-Dressen. Und Umbro ist für mich absolut, wir sprechen heute noch über Sportausrüster und über Marken. Also heute ist wirklich, diese Episode enthält Produktplatzierungen und Marken. Aber vor allem auch sehr viel Nostalgie. Ja, Umbro, für mich ganz vorne dabei gewesen, ist für mich deshalb mein Platz 5 der großen 10 Kult-Trikots. Ja, finde ich voll gut. Und du hast jetzt zwei Sachen gemacht, die ich immer voll fest vergenommen habe für diese Rubrik. Also ich möchte immer, ich habe geschaut, dass ich vor jedem Ausstatter nur eins habe. Okay. Und ich habe mir auch immer die Person, die das ikonische Trikot tragen hat, dazu geschrieben. Weil ich sage, die hat das Trikot präsentiert. Ja, okay. Und mit Balkers Coin und Umbro, da ist natürlich sofort klar, um was geht. So, ich gebe was, das ist das mit Abstand jüngste Trikot auf meiner Liste. Mit Abstand. Mach die Augen zu. Wir blicken in die Saison 2021-2022 nach Italien. Es geht um den Aufsteiger, der nach dieser ersten Saison sofort wieder abgestiegen ist. Mhm. Das war? Venezia. Oh, ja. Und die haben mir mal gezeigt, wie ein Fashion-Statement als Fußballtrikot ausschaut. Die haben eine ziemliche Lawine ausgelöst dann, gell, mittlerweile. Unglaubliches Chris, irre ausverkauft. Mittlerweile kann man es auf Etsy kaufen, weitergegeben bei meiner Recherche, wenn man Bilder ausgesucht hat. Und wer kann das in der Saison 2021-2022 ikonisch getragen haben als ein gewisser? Oh. Italien. Portugiesischer Nationalspieler? Ein Portugiesischer Nationalspieler? Ich weiß nicht, Christiane hat ihn nicht durchgespielt. Nein, ein Portugiesischer Nationalspieler? Der Christiano von Wisch. Was? Ein Stufe drunter. Nani. Wirklich? Ja. Er hat eine halbe Saison bei, ich glaube, zehn Spielen oder zwölf oder so. Ja. Aber hat das Trikot getragen und war natürlich der einzige Weltfußballer, weil man so will, Christiano von Wisch, das ist natürlich immer Spaß. Nani ist ein sensationeller Kicker gewesen und war der einzige Kicker, der nur ansatzweise bekannt war. Ich meine, wir werden ja heute ja später noch darüber sprechen, über dieses Phänomen der Modetrikots, aber die haben wirklich was losgetreten, muss man sagen. Richtig, richtig. Weil mittlerweile, und da gibt es ja auch viele Schattenseiten, ich persönlich finde es zwar sehr gut, weil es einfach eine gewisse Ästhetik hat, aber die Italiener präsentieren die einfach rein nach dem anderen irgendwelche extreme, vintage-mäßige Trikots. Zudan, genau. Aber schaut, ich meine, optisch natürlich wunderschön. Es fördert halt sehr, sehr stark, dass du nur noch mehr kaufen, kaufen, verkaufen. Ich finde, das können wir jetzt vielleicht an dieser Stelle kurz erwähnen. Ich finde, es gibt in den jüngsten acht Jahren oder so zwei große Trends in Fußballtrikots. Das eine war, wie wir angefangen haben, dass ein Wappen in den Formen des Trikots einflächtert werden können und Sponsoren auch, dass plötzlich ein zweifärbiges Trikot gepasst. Ja. Und der zweite Trend sind eben Trikots als Fashion-Statements, wo man wirklich sagen muss, das ist eigentlich dafür gedacht, dass das zu Blutscheen-Hosen du zu ansiehst. Zu Blutscheen-Hosen und vor allem, dass es mitunter auch Personen tragen, die eigentlich mit dem Fußball nichts zu tun haben. So ist es, ja. Das heißt, schlau aus Vertriebssicht, weniger schlau aus Umweltsicht und über das spreche ich mir heute. Natürlich, ja. So, Platz vier. Mein Platz vier, im Nachhinein muss ich sagen, könnte eigentlich noch fast noch weiter oben sein. Und ich kann mir bis jetzt, ich muss mich ganz kurzfristig entscheiden, welches ich nehme. Ich nehme das ärmellose Bummetrikot von Kamerun, mit dem sie 2002 den Afrika Cup gewonnen haben. Ja. Was übrigens recht spannend war, im gleichen Jahr haben sie dann nicht mit diesem Trikot antreten dürfen bei der Weltmeisterschaft. Sondern mit Ärmeln annähen müssen. Sie haben schwarze Ärmeln dann angehängt, damit es dann ultimativ wieder so ausgeht, als hätten sie keinen Ärmel. Aber das war für mich ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Und ich würde jetzt nicht weiter, ich weiß nicht, was du jetzt noch hast. Ich sage es gleich, auf Platz vier ist genau das Trikot bei mir. Ist genau das Gleiche? Ja. Und da können wir ja kurz ausholen, weil was die Leute aus Kamerun in Kombination mit Puma geschafft haben, war nicht nur zuerst dieses ärmellose Trikot-Meisterwerk zu präsentieren, das ich großartig gefunden habe, sondern zwei Jahre später haben sie was gemacht. Das mit den seitlichen Strafen, oder? Ja, den Einteiler. Ah ja, genau. Trikot und Hose in einem, wo ihr dann, glaube ich, höchst Sepp Platter selbst gesagt hat, glaube ich, ihr dürft so nicht spielen. Genau. Sie haben nämlich sogar 200.000 Schweizer Franken Strafe bekommen und sechs Punkte Abzug für die WM-Quali 2006, weil 2004 mit einem One sich gespielt haben. Auf jeden Fall zwei ganz großartige Jahre, was den kamerunischen Fußball betrifft. Aber dieses ärmellose Trikot, wow. Sensationell und dann eben nochmal zweifach ikonisch, zuerst ohne Ärmel und dann mit die aufgeladenen Ärmeln. Ja, ja. Und wer hat es natürlich getragen? Samadeto. Samadeto, definitiv. Who wore it best? Mittlerweile ja eine schillernde Gestalt im afrikanischen Präsidentschaftsfußball. Ist er das? Ja, sehr umstritten. Okay. Als, ich glaube, momentan eh kamerunischer... Verbandspräsident oder was? Okay. Wegen Korruption. Ja, es gibt diverse Geschichten. Ich glaube, es ist nicht so easy, ja. Aber ja, geiles Trikot und während das ärmellose Jahr sofort was für mich war, muss ich sagen, im Wahnsinn hätte ich mich nicht gesehen. Also da musst du wirklich Fußballer sein. Sonst, das ist das zum Vermarkten sehr schwierig, finde ich. Das stimmt, ja. Also den klassischen Fußball-Fans passt der Wahnsinn nur bedingt. Ein paar schon, aber nicht alle. Ja, das stimmt. Jetzt bist du wieder ich, oder? Jetzt in dem Fall bist du wieder du, Platz 3. Mein Platz 3, WM 2018. Ich bleibe in Afrika. Und zwar das Trikot von Nigeria. Oh, ja. Ich glaube, das ist das sogenannte, ich weiß nicht, wenn man es richtig ausspricht, Niger-Shirt, Niger-Shirt. So hat es den Namen gehabt. Und hat einerseits Verkaufsrekorde gebrochen. Und nach zwei Minuten war es komplett restlos ausverkauft und es hat über drei Millionen weitere Online-Vorbestellungen gegeben. Weil es war angenehmt an dieses Trikot von 1994, wo die Nigerianer zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft gespielt haben. Und das war ja dieses 2018er Trikot, war dieses gezackte, grün-weiß-schwarz gezackte Trikot. Und das war tatsächlich, wenn Venezia 2021, wenn man so will, die Fashion-Entwicklung eingeleitet hat, war 2018 ganz wesentlich dieser Turning Point. Dass du sagst, okay, ein Trikot ist noch viel mehr was, was auch für Nicht-Fußballfans mit untergetragen werden kann. Weil das Ding war einfach richtig, richtig, richtig kultig gut, muss ich sagen. Und ja, hat aus meiner Sicht wirklich den Trikot-Markt nachhaltig gestellt. Hersteller war? Hersteller war, nein, ich glaube Nike. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube Nike. Und wer hat es ikonisch getragen? Weil Nigerianer. Fallt mir jetzt ein, 2018 wird Alexi Wobi wahrscheinlich. Das könnte sein, ja. Der ja, der Neffe ist vom? Ein Wanko Kalou. Nein, JJ Okocha. Wirklich? Ja. Tatsächlich? Voll, ja. Das habe ich nicht gewusst. Wärmt mehr was in Wernbach. Und wie heißen die Nigerianer im Spielsaal? Die Super-Ingels. Jawohl. Die Super-Ingels. Das muss man schon auch sagen, Afrika Cup ist ja einer meiner Leidenschaften im Fußball. Was ich schon auch immer cool gefunden habe, da hat es, ich glaube das war Puma, die da so eine ganze Auflage gehabt hat. Weil es ist ja dann oft so, dass wenn ein Hersteller Interessen reinmacht, dass die unterschiedlichen Nationalmannschaften ähnlich sind. Das kommt, das sind alles gleich. Und die haben halt überall die afrikanischen Nationaltiere, wenn es welche gab, eingearbeitet gehabt. Und da gab es halt dann Elefanten und Löwen und so weiter und eben die Super-Ingels. Das sind viel, viel coolere Spitzen, aber Super-Ingels. Ja, muss man schon sagen, als wie die Nati. Die Nati, ja, die Mannschaft oder die Kamerun, die unbesichtbaren Löwen. Nein, und bezwingbaren, auf jeden Fall die Löwen, weiß ich jetzt nicht. Finde ich cool. Viel cooler ein Tier zu haben als die Nati. Ja, bin bei dir. So, Platz 3 bei mir. Was ist Platz 3 bei dir? Das erste und einzige Jubiläumstrikot auf meiner Art Liste, obwohl es sehr viele Jubiläumstrikot Das erste und einzige Jubiläumstrikot. Barcelona in der Saison 1999-2000. Hat Rivaldo das tragen? Hat Rivaldo das tragen, natürlich. Ja. Aber die ikonische Figur für mich ist der Patrick Gläubert. Okay. Es ist dieses Trikot, das eine Seite blau, eine Seite rot und oben bei den Ärmeln schwarz. Ja. Für 100 Jahre Barcelona. Sehe ich, ja. Und war halt noch insofern richtig cool, als das der Zeitpunkt war, wo, glaube ich, Barcelona einer von drei Vereinen war oder vier, die keinen Trikotsponsor gehabt haben. Das war nur so eins. Und das kann man sich ja heutzutage gerade vorstellen, dass auf einem Fußballtrikot kein Sponsor drauf ist. Liebe Grüße, gehen raus nach Hartberg. Ja, es war ein geiles Trikot. Jubiläumstrikot eben und der Patrick Gläubert, der natürlich bei Bassa zumindest eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und ja, zum gleichen Zeitpunkt hat auch der Rivaldo die Saison gehabt. Aber er hat zwar nicht die Saison, wo er dieses geile Tag geschossen hat. Nein, das war 98, 99. Das haben wir ja besprochen. Nein, gibt es was, das ist so ein Spät, oder? Oder 2000, 2001. Wir haben es erst verkürzt. Ja, es war 2001. War es 2001? Dann habe ich ein Blitzchen geredet. Und andere Mannschaftskollegen von den beiden wären unter anderem Pep Guardiola, Luis Henrique. Kennt man. Xavi. Kennt man auch. Wen haben wir noch? Ja, ich glaube, das war der, was mir so eingefallen sind. Aber es ist natürlich schon eine geile Mannschaft gewesen. Boyol wird wahrscheinlich schon gespielt haben. Und ich sehe das Trikot vor meinem geistigen Auge. Sehr schön. Ja. So, bei dir. Platz 2. Frankreich 1998. Das Weltmeistertrikot als Remake des Europameistertrikots von 1984. haben es 1998 das Trikot rausgebracht. Ein dickerer, roter Streifen und drei dünnere, weiße Streifen. Ein schönern weißen Kragen, den dann Christoph Dugarie. Kannst du dich erinnern? Natürlich. Verlängert. Ich glaube, der war ja der Freund, der gute Spätzl für irgendeinem anderen. Deswegen hat er ja eigentlich immer im Nationalteam gespielt. Da hat sich die Geschichte gegeben. Das ist ungefähr so wie der Maxwell und der Ibrahimovic. Du meinst Fußballstar Maxwell, der der dritterfolgreichste Spielnachttitel ist? Ja, aber der Christoph Dugarie, glaube ich, war ein Spätzl vom, weiß ich nicht, eh vom Zidane, aber auf jeden Fall. Christoph Dugarie hat ja immer ganz stilecht dann den Kragen aufgestellt gehabt. Echt so lange, ja. Hat eigentlich nur Eric Contonazzo tragen können, einen aufgestellten Kragen, aber bei Christoph Dugarie hat das auch gut. Und das ist auch der, der es ikonisch tragen hat für dich? Nein, ikonisch natürlich sind ja die Zidane. Ja, okay. Aber ich denke ganz stark auch an Christoph Dugarie. Ich finde, du schuldest den Dugarie nicht mehr. Den sollten wir uns vielleicht einmal ein bisschen genauer anschauen. Vor kurzem schaut es irgendwann, glaube ich, ein Trainer. Ich finde, das wäre einmal so eine spielfreie Rubrik. Was wurde aus? Ja, und einfach einzelne Spiele herausnehmen. Ich glaube, das interessiert viele Leute. Uns vor allem, finde ich. Könnte man machen. Können wir uns mal überlegen. Und zu den Frankreich-Trikots vielleicht noch ganz kurz. Man kann eigentlich eine eigene Liste von nur Frankreich-Trikots machen, oder? Das stimmt. Das ist schon. Das stimmt. Aber wie gesagt, für mich das ikonischste von den Franzosen. Platz zwei. Was bei dir Platz zwei? 1908. Wir schauen nach Manchester. Wir schauen jetzt rote Manchester. Wir schauen zum Triple-Sieger von Manchester United. Und du kannst es da eigentlich aussuchen, wer dieses ikonische Trikot tragen hat. Immer David Beckham. Weil du kennst, haben wir schon mal geredet, glaube ich, aus der 98er-Saison. 98-91. Ja, 98-91-Saison von United. Das ist wahrscheinlich die Mannschaft, wo die meisten Leute die meisten Spiele aufzuhören können. Auf der ganzen Welt. Ja, 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 ja. Und man denkt natürlich an Beckham, man denkt aber vielleicht auch an Giggs oder Scores oder... Sharingham. Sharingham. Cole York, ja. Ja, definitiv. Starbenshow und so weiter. Es ist natürlich von Umbra. Hat den... Auch sehr weit gekraten. Extrem weit. Loose fit, glaube ich. Den weiß-schwarz gezackten Kragen. Ja. Den kann man sein. Und natürlich scharp als Trikotsponsor. Scharp als Trikotsponsor. Also, richtig geiles Trikot. Wer es bei mir tatsächlich nicht auf die Listen geschafft hat, ich glaube, du sprichst trotzdem mal, ich glaube nicht, dass du es drauf hast, hast du Nintendo Fiorentina? Nein. War ein geiler Brustsponsor. Ach, siehst du? Und hast du Nintendo als Sponsor? Das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil du scharp warst. Und was ich nur nachreichen muss, natürlich bei meinem Platz 5 in Nizia, das war Kappa-Trikot. Damit wir die auch genannt haben. Okay. Ja, und Platz 2, jedenfalls United. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. Weiß jedem, was geht. So, aber jetzt. Trommelwirbel. Ja. Platz 1. Was gibt es so viel? 1997, 1998. Sturmgrat. Schwarz, weiß gestreift mit dünnen, gelben Streifen. Das habe ich sogar, das Trikot. Ich bin ja wirklich, was den Herzensverein betrifft, ja, einerseits ein loyaler Unterstützer, aber auch natürlich ein Kritiker hin und wieder einmal. Und wie gesagt, gerade im Merchandise-Bereich finde ich es oft uninspiriert, wie wir als Verein agieren. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es vielleicht irgendwann mal so ein Remake gegeben hat. Warum nicht in die heilige Saison reingehen und so sagen, als drittes Trikot oder was auch immer, oder keine Ahnung, gibt es ein Remake von 1997, 1998, als Meister aufzulaufen. Und ich sehe sie alle vor meinem geistigen Auge. Ich denke in erster Linie jetzt gerade an Hannes Reinmeier, der hat das gelb-weiß-schwarz gestreifte Trikot. Mit roten Rückennummern, gell, ja? Rote Rückennummern, genau. Was auch nicht wirklich typisch für Sturm ist, muss man so sagen. Und das war, glaube ich, die einzige Saison gewesen, wo ich sowohl das Heim- als auch das Auswärts-Trikot hatte. Das Haus war blau-schwarz. Blau-schwarz-Gold. Ich glaube, ich kann mal drüber streiten. Ich glaube, es ist nicht blau-schwarz, es ist blau und der dunklere ist blau. Ich glaube, es ist rein von den Formen her, aber genau das war es, ja. Und erste Saison mit Buntigammer, oder? Nein, ich glaube, ich war schon, war es in 1927 schon Buntigammer? Nein, ich glaube, das war es. Oder vielleicht war es in 1928, oder? War noch stabil schonste davor, ja. Aber auf jeden Fall, in 1927, mein ikonischstes Trikot, natürlich etwas gebiased als Sturmfein, aber bleibt für mich ewig in Erinnerung. Ich habe für Platz 1 auch die Vereinsbrille nicht abnehmen können. Ich habe ja für alle, die uns im Videopodcast anschauen, ich habe jetzt gerade ein gelb-schwarzes Arsenal-Trikot und das ist ja das Remake, eines der ersten Remakes von einem Trikot, du hast auch vorher schon es genannt, das ist ein Geri-Trikot, aber das war ebenfalls eines, vom Bruce Banana Kid, wie es in der englischen Presse heißt. Und das ist auch 1991, ganz legendär, vom Ian Wright getragen worden, noch mit dem alten Arsenal-Wappen und JVC als Hauptsponsor, fett in Rot drauf. Aber JVC haben es lange getragen, oder? Kommt mal vor. Ja. Also die ganze Henri-Generation ist ja immer mit JVC. Nein, das war dann O2. Nein, ganz am Anfang nicht. Ganz am Anfang nicht, aber dann war mal Sega auch zwischendrin. Echt? Ja, Assassin, Dreamcast war drauf. Und dann war O2, ja. Wirklich? Aber das kann ich mich noch erinnern, also ich kann mich noch nicht erinnern, aktiv, aber ich kenne das Trikot. Klarerweise muss man ja sagen, das ikonischste Kit von Arsenal, das jemals gegeben hat, war natürlich das dunkelrote Jubiläums-Trikot. Ja, mit einem guldenen Dings drauf. Und einem Wappen zentriert, mit dem der Auri alles gewungen hat, was er zum Kriegen gibt. Versteht zwar kein Mensch, dass es dann bei dir nicht auf Platz 1 ist, aber es geht ja um ikonisch. Wer hat schon jemals die Wege des Alexander Stegisch verstanden, muss man sagen. In diesem Sinne. Ja. Schön war das. Ja, das war richtig schön. Also ich glaube, dass es bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern draußen jetzt auch gerade ordentlich gerattert hat. Schickt uns doch eure Favoriten an redaktion.spielfrau.at. Würde uns wirklich interessieren, was bei euch. Wir haben letztens einen interessanten Hinweis gekriegt, dass wir, wenn wir schon so Videos machen, solche Dinge einbläden könnten. Was denn? Ja, so Trikots zum Beispiel. Oder generell unsere Videos so anreichern quasi. Da musst du das machen. Da muss ich sagen, dem kann ich nur zustimmen und wir könnten das auch. Wir haben leider die Zeit nicht. Aber wenn sich jemand da draußen meldet und sagt, er mag uns in der Videoproduktion unterstützen, ebenfalls Redaktion als spielfrau.at und dann schauen wir uns das an. Die haben wir gerade im Recruiting oder was? Wichtig ist nur, dass sie in solchen Situationen das Copywriting auch abklären und uns um das kümmern, weil das ist eigentlich meine größte Sorge. Ja, gut. Dann hätte ich gesagt, das geht weiter mit unserem Schwerpunktthema. Spiel frei, Spiel frei, der Fußball-Podcast. So, Stein des Anstoßes, Stefan. Wir haben ja, glaube ich, in einer der letzten Episoden schon darüber gesprochen, über das deutsche Nationalteam und dass die einen sehr öffentlichkeitswirksamen Wechsel vollzogen haben und zwar weg von Adidas nach sage und schreibe mehr als 70 Jahren Partnerschaft wechselt der DFB ab der Saison 2027 mit allen Nationalteams zu Nike, weil Nike offensichtlich richtig viel Kohle in die Hand nimmt. Man spricht von knapp 100 Millionen pro Jahr, was offensichtlich die Verdoppelung ist von dem, was Adidas zahlt. Und wenn man ungefähr weiß, wie sehr der DFB finanziell angeschlagen ist, glaube ich, tut ihnen das gerade sehr, sehr gut. Hat aber natürlich sehr viel Diskussion ausgelöst. Das haben wir eh schon kurz ein bisschen gesprochen und wir werden jetzt nicht im Detail auf das eingehen. Aber wir haben gesagt, okay, es gibt ja nicht nur Nike und Adidas auf dieser Welt, auf dieser Markt, der immer größer wird, immer größer geworden ist, wo man mitunter Marken kommen und gehen gesehen hat, wo man halt aber auch, wie gesagt, diese gewissen Konstanten hat, wie Adidas, Nike, die schon seit sehr langen Jahren eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. Genau. Im Grunde ist es ja einfach. Es braucht im Fußball Talent, es braucht Training und es braucht die richtige Ausrüstung. Und am Material darf es nicht scheitern, sagen wir mal. Am Material darf es nicht scheitern. Aber wir haben halt mittlerweile lange diesen Punkt überschritten, dass der Fußball oder dass die Ausrüstung rein nur ein Mittel zum Zweck ist. Wir haben mittlerweile den Punkt erreicht, die Sportartikelindustrie ist eine Industrie mit 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und das ist mehr als nur, okay, wir brauchen halt Fußballschuhe, weil sonst können wir nicht Fußball spielen. Und wir werden nicht darüber sprechen, die große Leistung war natürlich der Sportartikelhändler, dass sie es halt echt geschafft haben, aus einem Sportmarkt in einen Massenmarkt komplett überzugehen. Ja, und ich habe da jetzt auch ein aktuelles Beispiel aus Olympia mitgebracht. Das finde ich extrem spannend, weil Fußball ist irgendwie klar, das ist halt nach wie vor trotzdem, trotz aller Individualität der Spielerinnen und Spieler ist es ein Mannschaftssport und du hängst halt auch oft mit drinnen. Wenn du heute bei Barcelona spielst, kannst du selber so bekannt sein wie der Maxwell und Ida, nicht einmal Ida, den Maxwell auf der Straße erkennen, muss ich sagen. Und du bist trotzdem von oben bis unten in der Antiponie. Und jetzt ist es bei so Randsportarten ja oft so, dass die aufgrund dessen, dass das Material für den Sport selbst wichtig ist, gut und gern in der Nike-Wäschte herkommen, aber gar nicht von Nike gesponsert sind. Was natürlich für die Ausstattung nochmal besser ist, weil wenn der Athlet, die Athletin erfolgreich ist, dann passt das Branding und wenn nicht, kriegt es keiner mit. Und dieses Problem sozusagen, dass da, muss man schon eigentlich sagen, Sportlerinnen und Sportler mitunter auch ausgebeutet werden, hat jetzt eine sehr clevere Marketingfirma aus, glaube ich, New York oder so, oder ja, New York, glaube ich, angenommen, Bandit heißen die, die haben das Unsponsored Project ins Leben gerufen. Das heißt, die haben sich darum bemüht, Top-Ausstattung zu produzieren, die komplett in schwarz ist, stellen dir vor allem natürlich Olympioniken halt zur Verfügung, die eigentlich in Randsportarten sind, kompensieren die Sportlerinnen und Sportler mit dem Mindestmaß, so quasi das, die finanzieren die Reisen und so weiter, sodass die Grundkosten gedeckt sind und haben Ausstiegsklauseln drin. Das heißt, du bist so lang komplett in schwarz und ohne Sponsor, bis jemand von den großen Firmen auf die aufmaximiert und dann kann er dir das im Vertrag auszukaufen. Und das wiederum in sich hat einen vollen Kult und diese Bandit-Marke entwickelt und die Marke ist dafür bekannt, ohne Branding auszukommen. Aber ist nicht der Grotesk Teil der Marken? Ja, voll. Also es ist in sich verschachtelt erklärbar, muss man sagen. Ja, nein. Spannend, wenn der tatsächlich gar nicht hört. Das heißt, wenn du, das war jetzt einmal zum Segen, vor allem auch in den Qualifikationen von Olympia, das sind Leute von, weiß ich nicht, 400 Meter Läufer oder so, von oben bis unten in Schwanz und das war dann aber ein gleichzeitiges Zeichen einerseits für die Brands. Hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Genau, ihr könnt es mir kaufen und andererseits für Bandit aber, ah, die komplett in schwarz, das sind die coolen von Bandit. Clever, clever, muss man sagen. Sehr schlau, ja. Das hat tatsächlich noch gar nicht gehört. Und dann habe ich mir das gedacht, wie lustig das im Fußball war, wenn dann doch bei Barcelona einer Schuhe im Blau-Rot herumrennt, aber ohne Sponsoring. Wie weißt, vielleicht kommen wir da bitte um. Könnte noch passieren, dass das der nächste Schritt ist, weil wir sagen ja immer, die Kicker und Kickerinnen sind natürlich arm, weil es gibt eigentlich nur zwei Varianten, wie sie ein bisschen auffallen können und das sind Frisur und Fußballschuhe. Und Schuhe auch nicht mehr. Und Schuhe ist echt schwierig, weil wir haben alles gehabt. Tattoos sind es auch nicht mehr. Tattoos auch nicht mehr. Frisur ist auch schon wirklich schwierig, seit der Rennall da alles weggekauft hat. Nein, aber ja, das stimmt. Ja, das ist so eine kurze Exkursion. Fällt mir, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört gehabt. Fällt mir gut. Jetzt da sind wir in diesem hyper-kommerzialisierten Markt unterwegs, aber es hat dir die Anfänge gegeben und natürlich werden wir jetzt nicht die Geschichte der Dasslers nacherzählen, weil wer das sieht, anschauen, wie es gibt eine sehr, sehr gut produzierte RTL-Serie. Ich glaube, das sind so diese ganz schrecklichen historischen Geschichten. Von den Machern von das Jesus-Video. Ja, genau. Das sind so diese schrecklichen historischen Geschichten, die du dann versuchst aber nachzuspülen irgendwie. Moritz Bleibler in das Fünfte Testament. D, E, F-Klasse Schauspielern. Auf jeden Fall gibt es eine mehrteilige RTL-Staffel. Nein, aber die Dasslers haben eine riesengroße Rolle gespielt in dem Ganzen. Aber, es ist auch wichtig, es hat schon Sportschuhe, also wenn wir jetzt im Fußball bleiben, es hat natürlich auch schon Sportartikel vor den Dasslers gegeben. Es ist nicht so, dass sie die Ersten waren, sondern gerade in dem späten 19. Jahrhundert hat das Ganze angefangen. 1891 übrigens ist erstmalig erlaubt worden, dass Schuhe mit Noppen tragen, mit Stoppeln tragen waren. Und von Turtec hat sich dann das entwickelt. Übrigens, noch heute Hummel, 1923 gegründet, also die Marke, die hat durchaus immer noch gut reüssiert am Markt. Aber es waren halt ganz wesentlich die Dassler-Brüder, Rudolf und der Adi, die 1924 dann ihre eigene Schuhfirma gegründet haben und die ja dann auch, wie man es halt macht, wenn man was gemacht hat, man versucht immer jemandem das zu geben, einer bekannten Person, um es halt groß machen zu lassen. Und das haben sie damals erstmalig 1928 gemacht, wo sich der deutschen Leitathletik, der Lina Rattke, quasi Adidas-Schuhe, Laufschuhe gegeben hat, die dann an den Weltrekord gelaufen ist. Aber natürlich ganz wesentlich war es dann 1936 Jesse Owen, der in Berlin Adidas-Schuhe getragen hat und natürlich ganz wesentlich auch zur Bekanntheit dann beigetragen hat. Zu dem Zeitpunkt hat es noch kein, also Entschuldigung, nicht Adidas, die Dasslers gemeinsam, weil die Trennung Adidas-Boom ist ja dann 1948 passiert. Für alles Weitere verweisen wir euch auf RTL. Oder unseren spielfreien Historiker, können wir auch einbitten, Dr. Ronny Bosch, der kann euch dann auch noch erklären, die Rolle der Dassler-Brüder im Weltrekord kriegt und so, ja, dann können wir ein bisschen ausfällen. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nein, aber tatsächlich ist es dann so, dass die beiden mit ihren Firmen ganz wesentlich das mitgeprägt haben. Es ist ja heute noch so, ich habe auf Google Maps geschaut, das sind genau drei Kilometer zwischen dem Boomer-Headquarter und dem Adidas-Headquarter. Das heißt, du musst einmal links aussiehen auf die Hauptstraßen oder rechts aussiehen auf die Hauptstraßen und dann fährst, glaube ich, zwei Kilometer und dann musst du nochmal einbiegen und dann bist du beim anderen. Und das ist schon verrückt, weil dieses Herzogenaurach hat 20.000 Einwohner und ich war auf der Website von Herzogenaurach, von der Stadt Herzogenaurach. Da möchte ich dir jetzt mal an dieser Stelle loben, wie sehr du recherchierst. Ja, sehr. So geht es, nicht anders. Wenn ich zu dir sage, die Stadt-Website von Herzogenaurach, was würdest du erwarten auf einer Startseite? Home of Adidas oder irgendetwas, Home of Boomer oder irgendwas. Ich möchte mir fast meinen oder die Dazzler irgendwas. Nein, gar nichts. Du findest auf der Website von Herzogenaurach keinen einzigen Verweis, dass sie in ihrer 20.000 Einwohnerstadt übrigens auch Adidas und Boomer als Headquarter. Als wahrscheinlich größte Arbeitgeber in der Region. Ja, aber das ist tatsächlich, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und übrigens der Bürgermeister von Herzogenaurach hat den Vornamen German. Sehr lustig gefunden. Trivia-Fun-Fact. Und du findest aber zum Beispiel unter anderem die Information, dass der Wochenmarkt jetzt über die Sommerferien im Ferienbetrieb ist oder dass im September das nächste Konzert von dem Philharmonischen Chor dort stattfindet. Aber kein Hinweis, das hat mich echt überrascht, zu Puma und zu Adidas. Vielleicht hat es da Sponsor-Probleme gegeben. Ja, da persönlichen Zwist. Eine Frage noch ganz kurz, nachdem du das schon angesagt hast. Ich gehe mal davon aus, geografisch sind die den Oberland, aber jetzt so budgetär wahrscheinlich nicht. Der Adidas-Tempel wird dreimal so groß sein. Der Adidas-Tempel, ich glaube, er ist ziemlich genau dreimal so groß. Na schau. Also das heißt, du hast jetzt genau ins Richtige geschossen. Nein, ist ziemlich genau dreimal so groß. Also man kann ungefähr sagen, Nike, mit dem spreche ich mich auch noch gleich. Nike ist Branchenführer, hat ungefähr 50 Milliarden Umsatz im Jahr. Die Hälfte davon hat Adidas mit ungefähr 25 Milliarden und ein Drittel davon, 8 Milliarden sowas, ist Puma. Aber die drei sind noch immer die drei Dominierenden. Aber wie gesagt, Herzogenaurach. Ein schmuckes Städtchen, hat viele so alte Fachwerkhäuser und nebenbei noch ein paar so Glastempel, wie halt dann die Bumas und Adidas dieser Welt daherkommen. Ja, spannend. Und Nike haben wir ja angesprochen. Und Nike hat natürlich, ist deutlich später gegründet, 1964 erstmalig gegründet. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir nicht Nike geheißen, sondern das war ein Unternehmen, das hat Blue Ribbon Sports geheißen, mit Asics-Schuhen, also die zwei Gründer, Bill Bowerman und Phil Knight, haben einfach einen Sportartikel Handel gegründet mit Blue Ribbon Sports. An dieser Stelle können jetzt mehrere Sachen einläufen. Erstens einmal, dass man sich unbedingt den letzten Nike-Film anschauen sollte. Ist der auf RTL? Nein, also eine Hollywood-Produktion, die um die Geschichte der Air Jordans geht. Okay. In den Hauptrollen Matt Damon und… Matt Damon als Michael Jordan? Nein, als irgendeiner von Nike und den Phil Knight, der Phil Knight wird gespielt von Ben Affleck. Okay. Und der Phil Knight ist ja, ich sag mal, das war der Elon Musk seiner Zeit. Also der war sehr skurril, ja. Also ich möchte nochmal zusammenfassen. Die Amis machen eine Verfilmung, wo sie Ben Affleck reinholen und die Deutschen machen eine RTL-Produktion für… Das ist wahrscheinlich… Mit denjenigen, die es bei guter Zeit und schlechter Zeit… Marktführer, nicht Marktführer, da muss ein bisschen ländische Zeit… Das bei guter Zeit und schlechter Zeit nicht alleine gespielt. Ja, und dann natürlich das Zweite, was natürlich wichtig ist, ist, dass ich Platz habe für Verschwörungstheorien, weil sonst habe ich nirgends Platz für Verschwörungstheorien. Ja, und das ist auch der Podcast da. Ja, und es gibt für mich zwei Menschen, die offensichtlich irgendwie entweder in Zukunft schauen haben können oder Zeitreisen haben können. Der eine war der George Lucas, der für Star Wars auf sämtliches Gehalts hat sich natürlich gesagt hat, er will nur die Marketingrechte. Das kann auch gar nicht so viel sein, ja. Und der Zweite muss der Entdecker von Michael Jordan gewesen sein, weil die haben Haus und Hof auf den gesetzt. Ja, ja. Also die ganze Firma wäre implodiert, wenn der Michael Jordan nicht explodiert wäre. Jetzt hast du ja schon ein paar wichtige Sachen angesprochen. Um es nochmal zu sagen, 1964 haben sie es gegründet als Sporthandel mit Asics-Schuhen, aber 1971 war es eben dann so, dass dann quasi damals… Damals war Tiger, oder? Onizuka-Tiger. Ja, genau. Onizuka-Tiger haben die geheißen und heute heißen es Asics. Ich habe immer lange geglaubt, dass die auch Asics heißen, die Schuhe, aber das ist auch ein anderes Thema. Ich habe immer geglaubt, das Logo muss man als auch mitlesen. Nein, Asics. Aber 1971 war es eben dann, dass daraus der Nike entstanden ist. Und so wie du sagst, die haben halt dann wirklich… Weil 1985 hat das Mirendo von 14 Jahren später haben die das erste Modell vom Air Jordan auf den Markt gebracht und der eine Schuhe von der einen Person hat daraus, wenn man so wild jetzt überspitzt ausdrückt, einen Weltkonzern gemacht. Und weißt du, wie wir es das angestellt haben? Was meinst du? Der Air Jordan war unter anderem deswegen so erfolgreich, weil die NBA verboten hat, dass du mit farbigen Schuhen spielst. Ich glaube, die haben entweder schwarz oder weiß sein müssen oder kombiniert sein, was schwarz heißt. Und die Air Jordans waren ja dafür bekannt, dass sie rot-schwarz waren. Das heißt, die haben für jede Spiel, das der Michael Jordan die Spiele gespielt hat, eine Straf gekriegt, die Nike gezahlt hat. Nur um mit den Schuhen zu spielen. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Jetzt fragen sich die Leute da draußen natürlich, seit wann ist das ein Basketball-Podcast? Ist er nicht, aber Nike hat natürlich ganz wesentlich dazu beigetragen, die Sportartikelindustrie zu einer Massenindustrie zu machen. Und natürlich hat der Fußball dann nicht geschlafen. Der Fußball hat dann angefangen nachzuziehen mit seinen eigenen ikonischen Werbeträgern. Aber Michael Jordan hat halt dem Ganzen quasi von vornherein nochmal die Krone aufgesetzt. Ich glaube, mittlerweile, was ist es? Die 34. Generation vom Air Jordan. Wobei man dazu sagen muss, dass jedes Jahr mittlerweile mehrere Modelle rauskommen. Also 34 Iterationen, ein Plus. Und jetzt, bevor wir uns, weil jetzt wird es ja dann spannend, weil jetzt kommt dann… Jetzt wird es endlich spannend. Nein, jetzt kommen wir dann bald zur Situation, was kosten die Träkose in Österreich? Keine Angst, bleibt dran. Aber was man sagen muss, man will ja dem Sportartikelhandel nicht absprechen, dass er sich weiterentwickelt. Im Sinn von, ja, es gibt schon auch technisch. Natürlich, es gibt immer wieder technische Erfindungen. Was du sagst, Fußballschuhe, die leichter geworden sind und das kennen und das kennen und Trikots, die mit den Sensoren drinnen sind. Aber die wesentliche Entwicklung, wie du sagst natürlich, war ganz wesentlich, wie kann ich Märkte erschließen? Wie kann ich aus dem, was ich da habe, noch viel, 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 viel mehr Kohle machen? Und ich habe vorhin schon die Zahl angesprochen, 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und da sprechen wir noch nicht, und das ist, ich vielleicht droppe es jetzt schon mal, diesen riesigen Markt an gefälschten Artikeln natürlich, den es auch noch gibt. Also das eine ist einmal 400 Milliarden Euro für wirklich die Originalprodukte. Aber wer einmal schon irgendwo unterwegs war, weiß, dass ganz viele Sportartikel auch gefälscht daherkommen. Also es ist unfassbar, wie viele Stückzollen da einfach unterwegs sind. Ich war ja schon in Kroatien am Strand unterwegs. Ich kann nur sagen, die EM-Trikots haben tipptopp ausgeschlossen. Da war nicht zu erkennen, dass das irgendwie erfälschend gewesen wäre. Außer dem Preis. Aber schauen wir uns jetzt einmal das Ganze an. Jetzt haben wir die drei großen. Jetzt haben wir Nike, Adidas und Puma. Genau in dieser Reihenfolge, dahinter kommen dann eh relativ bald einmal die nächsten. Aber im Fußball, da hat man ein bisschen ein verzerrtes Bild, weil im Fußball ist Adidas noch immer der Weltmarktführer. Und die haben mich, glaube ich, gerade vor allem in Nordamerika ja ziemlich angeprescht, oder? Du verfolgst ja solche Sachen auch immer wieder ein bisschen mit. Natürlich, weil überall dort, wo der Hype ist, da bin ich ein halbes Jahr später da. Ja, und es ist natürlich mittlerweile so, dass es Fußballer gibt, die mit gewissen Marken zu 100% identifiziert werden. Und Lionel Messi, der halt Adidas-Athlet ist, sucht seinen neuen Verein natürlich dann auch ein bisschen aus, wo Adidas dann auch Adressensponsor ist. Und dann hat man, es geht natürlich um diesen Inter-Miami und die haben natürlich mittlerweile, sind ja auch voll auf den Hype-Trail aufgesprungen, haben ein richtig, muss man auch fair sagen, ein richtig geiles Trikot produziert. So mit ganz großfett, ein Sponsor Miami drauf und das schaut halt so Miami-Weiß-Style-mäßig. Also schon ein cooles Trikot und die ganze MLS wird mittlerweile von Adidas ausgestattet. Was ich nämlich absurd finde, ist, dass im Land des unbegrenzten Wettbewerbs gerade dort dann so Situationen gibt, wie ein Ausstotter kriegt einmal die ganze Liga. Was übrigens bei jeder großen Profiliga so ist. Dass ein Ausstotter die ganze Liga? Also im US-Sport jetzt. Im US-Sport, ja. Immer noch im Fußball. Nein, nein, im US-Sport. Das finde ich arg, oder? Das ist bei Basketball und Eishockey. Wo man sich eigentlich denkt, eigentlich… Ja, und jetzt an dieser Stelle noch ein kurzer Querverweis aufs Drafting-System und dann kannst du den Kapitalismus in Amerika reinpacken. Das ist so lustig, weil du hast, in dem Land sind sie, was den Sport betrifft, oft einmal sehr, sehr rigide mit ihren Regeln. Ja, weil was ist der Hintergrund? Es geht natürlich darum, dass es drei Vereine gibt in der MLS, die interessant sind. Oder nicht uninteressant sind. Interessant, ja, zumindest. Naja, auf dem Weltmarkt schon. Also alle Galaxy und so kennt man wirklich. Ganz spänisch. Miami auch und so. Und der Rest ist halt ein bisschen irgendwas. Und da schaust du dann schon drauf, dass sie sich gesamtseitlich vermarktet. Ja, und sie schaffen es schon. Und tatsächlich kannst du echt von den Amis was lernen, auch wenn ihr Sport der Fußball nicht gut ist. Aber wie sie halt Wettbewerb schaffen, aber um das will es jetzt nicht gehen. Aber das habe ich schon spannend gefunden, dass alle das einfach mal den ganzen… Und sie will dann halt in Nike-Country, muss man auch sagen. Und sie tun halt auch alles, weil ich als jemand, der sich für die MLS, also spielerisch wirklich gar nicht interessiert, ich habe glaube ich noch keine drei Spiele von der MLS gesehen, ich habe halt einen Gratis-Zugang dazu. Ich kann alle MLS-Spiele auf Apple TV schauen, weil es tut einfach gratis. Nix dafür tun müssen. Außer, dass ich halt die Apple TV App installiert habe und wahrscheinlich irgendwo einmal auch abgeschlossen habe. Da habe ich nichts weiß. Aber sonst habe ich nichts dafür tun müssen. Alexander Stegisch, Finanzexperte. Alexander Stegisch. Ich hätte gerne, wenn ich schon mal irgendwo in den Seiten blicke oder so, dann hätte ich gerne, dass mein Name einblendet und darunter Abo-Opfer. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht erwartet. Keine Ahnung. Ich schaue jetzt einfach ein, Apple Plus. Es läuft dann einfach, keine Ahnung, bis zwölf. Es ist leider das Problem von der MLS ist, obwohl es gratis ist, immer noch nicht klar zum Schauen. Das Problem vom Stegisch ist, dass es einfach für zwölf. Es ist wirklich… Hast du in letzter Zeit mal MLS geschaut? Es ist nach wie vor extrem furchtbar. Hin und wieder mal sehe, wie Lionel Messi seine Tor regierst. Und das ist skandalös. Kennst du das auch, die Video, wo ist das, in China oder in Japan, wo die drei Erwachsenen gegen 150 Kinder spielen und die 150 Kinder nicht gegen die drei Erwachsenen im Ball kriegen, weil es einfach drei Erwachsene sind und die anderen sind 150 Kinder. Ungefähr so schaut der MLS-Spiel aus, wirklich. Das ist komplett absurd. Er hat ja ein paar erwachsene Freude mitgenommen, oder? Ja, das ist wirklich… Du puskest der Luis Suarez und der Jordi Alba. Jordi Alba, genau. Nein, aber wirklich, das ist so absurd. Er steht die halbe Zeit und wenn er mal läuft, dann läuft er so, trabt er so dahin und spielt trotzdem alle auf. Er steht nicht die halbe Zeit, er steht jetzt 90 Prozent der Zeit. Das erinnert mich an die Simpsons-Episode, wo der Bart… Basketball spielen. Nein, Eishockey, oder? Nein, nein, Basketball, weil er trifft, glaube ich, die Platten und sagt, wow, du bist unser Stürmer. Auf jeden Fall. Spülerisch muss ich sagen, sie sind vermarktungstechnisch… Sind schon fast Weltmeister. …sind sehr gut und was sie halt auch schaffen, das ist, wenn du dir dann teilweise so Videos dann siehst, wenn sie was kommentieren, du glaubst wirklich, die kommentieren Gott den geilsten Fußball und du musst sagen, wow, das ist echt spülerisch nicht gut, was da passiert. Also ich verstehe schon den Seitenhipp vom CR7, wenn er sagt, okay, bei allem Respekt, aber in Saudi-Arabien haben wir zumindest ein bisschen einen Wettbewerb oder ein bisschen eine Herausforderung als spülerisch. Ich glaube, ein Nudler-Tag, wenn du mich fragst, ich glaube, das ist jetzt nicht so verbrauchend. Wenn wir auf die nackten Zahlen schauen, ist Adidas der Ausstatter von 228 Teams. Und dahinter kommt eben nicht Nike, Nike ist ein bisschen selektiver geworden, Nike schafft es nämlich nicht immer unter die Top 3. Du hast Puma dann gleich, das heißt, die Deutschen dominieren den großen Markt, 183 Teams und dann kommt übrigens gleich Macron. Das ist echt überraschend, ja. Die habe ich überhaupt nicht so am Radar, außer nur durch das Syracs am Trikotspanel. Ja, und Austria-Wien. Ja, siehst du, das hätte ich gar nicht gewusst. Italiener sind das, Italiener, ja. Offensichtlich in der Vorort von Bologna. Ja, Macron gibt es auch schon relativ lang, aber die sind tatsächlich, und wenn du mal die Austria-Wien auf das setzt, muss offensichtlich schon wirklich, muss die in der Nische schauen kommen sein. Nein, aber wo die drei Großen wieder eine riesengroße Rolle spielen, ist, wenn es darum geht, die wertvollsten Deals sich anzuschauen. Ja, klar, ja. Und wir haben diese Liste ja vor uns liegen, die zwölf größten Sponsoring-Deals mit Ausrüstern. Es ist jetzt tatsächlich kein Name darauf, der überrascht, aber was man sieht, sie teilen es sich brüderlich auf, die drei. Also nicht ganz brüderlich. Puma hat nur zwei Klubs vertreten in dieser Liste, aber Adidas und Nike teilen es sich schön auf, oder? Ja, auf jeden Fall. Man weiß ja eh, im Fußball normalerweise die größte Gelddruckmaschine der Welt. Im Fußball ist er normalerweise Manchester United. Dicht gefolgt, immer von Barca und Real, in dem Fall ist er ein bisschen umdreht, ist United erst auf Platz drei und die spanischen Freien sind vorne, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der El Klassiker das bekannteste Fußballspiel der Welt ist. Und ich glaube einfach, dass, ich glaube, Real hat jetzt 2019 den neigen Deal mit Adidas abgeschlossen. Die kriegen sage und schreibe 120 Millionen aus Herzogenaurach überwiesen. Klar haben die dann kein Geld für die Werbeeinschuldung. Und auf der Stadtseite. Aber ich glaube, da sieht man halt auch, was für Werbeträger dann halt dort vor Ort sind. Und ich glaube, im Real haben sie sich schon ziemlich gebettelt. Ja, Stichwort Werbeträger, was ich in der Liste noch anmerken will, wo du ja da einmal so prominent bist, oder weiß nicht, ob es das du selber gemacht hast oder ob es das so gefladert hast im Internet. Das ist immer ein Verein und daneben das… Glaubst du das wirklich, dass ich so viel Zeit investiert habe? Nein, das habe ich natürlich gestohlt, diese Übersicht. Sehr schöne Übersicht. Ebenfalls ist daneben immer das Logo des Ausstatters. Und was ja da auch so spannend ist, ist dann wieder sowas aus dem Hause Nike. Du kennst ja die, weil wir vorher von den Erdschadens gehört haben, die haben ja eigentlich ein eigenes Logo. Ich glaube, das heißt Jumpman oder so. Und die haben ja tatsächlich diesen Jumpman aufs Trikot von Pechet aufgepackt statt dem Nike-Hackl. Also da siehst du wirklich, die versuchen da halt wirklich alles dran zu setzen, das Richtung Fashion-Statement zu bringen. Das ist so ein Trikot. Gerade bei Paris, wo es ja mit Fans, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, geht es halt wirklich darum, das in den Mainstream zu pushen und zu bringen. Und da sind schon vor allem dabei. Die Zollen per se sind natürlich wahnsinnig beeindruckend, im Sinn von absurd von den Höhen her. Adidas zahlt für seine fünf wichtigsten Klubs, Real, United, Arsenal, Bayern und Juve 423 Millionen Euro im Jahr. Und Nike zahlt für seine fünf wichtigsten Accounts mit Barca, Liverpool, PSG, Chelsea und Tottenham 378 Millionen. Der Ausreißer in der ganzen Auflistung ist Man City, weil die sind ja weggegangen von Nike, sind mittlerweile bei Puma und sind auf Platz 5 geteilt mit PSG. Hast du eine Idee auch an das Linken? Das hat mich schon mal gefragt, aber ich bin nicht drauf gekommen. Vielleicht haben die anderen Marken einfach gesagt, wir haben noch größere Zugpferde, deswegen steigt sie nicht auf. Also ich glaube schon, du siehst ja diese, die wirtschaftliche Verwertbarkeit hängt ja ganz stark dem sportlichen Erfolg nach. Du bist ja nicht instant gleich wirtschaftlich erfolgreich, wie du sportlich erfolgreich bist, weil oft entstehen ja dann erst viele junge Fans, die deine Fans werden dann anfangen zu kaufen. United profitiert ja auch davon, dass sie einmal so erfolgreich waren, weil sie dann so eine riesen Fanbase aufgebaut haben und die profitieren jetzt nicht davon. Weil sportlich sind sie aktuell nicht so erfolgreich. Sportlich sind sie nicht so erfolgreich. Und ich glaube, bei City ist es ganz einfach so, da sind einfach die Zollen noch nicht so die Weltmarke, wie es eben die Vereine davor sind. Und es hat auch sicher Arsenal wahrscheinlich noch immer mehr international Anhänger, als es City hat. Aber die Frage ist natürlich, wie schaut das Ganze in zehn Jahren aus? Und da bist du wieder genau bei dem Punkt, du musst insportlich, wenn wir wieder unseren kurzen Blick nach Graz machen, du musst in sportlich erfolgreichen Zeiten wirtschaftlich Wurzeln schlagen und wirtschaftlich arbeiten, weil es ist alles leichter zu verkaufen, wenn es gerade sportlich erfolgreich ist. Aber das ist tatsächlich spannend. Und ich glaube, die haben noch wirklich deutlich weniger von Nike damals gekriegt. Als erstes durch diesen Puma-Deal sind sie dann mit die 75 Millionen im Jahr zumindest einmal auf Platz 5. Ich meine, das Spannende in diesen Deals ist ja auch, dass das teilweise, können die Vereine verhandeln, teilweise ja nicht so gut. Also wenn du das Stichwort Bayern zum Beispiel, was du vorher gerade gesagt hast, da ist Adidas ja Aktionär bei Bayern. Das heißt, die Partnerschaft wird potenziell länger halten, so wie Audi auch Aktionär bei den Bayern ist. Da gibt es halt Sponsoring-Deals, die eigentlich jetzt über einen Sponsorvertrag hinausgehen. Ich gehe ganz stark davon aus, weil Barcelona darf ja bekannt ist, verrückte Deals zu machen, dass du da irgendwie so in die Richtung gehen würdest. Also ich bin sicher, dass das, also ich glaube, Sie wissen es mir unter vielleicht selbst nicht, wenn Barcelona, was der Deal jetzt genau aussagt. Ich frage es eher, ob es Vorkaufsrecht auf die... Ob der Jamal weiß, dass er erst gebrochener Afrikstüte spielen muss. Ja, genau. Nein, aber Sportrecht ist ja einerseits ein bisschen ein dreckiges Geschäft hier natürlich auch, weil das ist einfach ganz viel Geld zum Abholen und da bereichern sich halt sehr, sehr viele Leute dran. Aber ja klar, du hast halt, weil wir vorher geredet haben, du musst, wenn du als Verein sportlich erfolgreich bist, musst du wirtschaftlich Wurzeln schlagen und Strukturen schaffen, gibt es halt das große Bild auf dem gesamten Sport. Und da muss ich sagen, ist halt der Fußball seit vielen, vielen Jahren jetzt da sehr, sehr erfolgreich unterwegs, weil der Fußball als Produkt einfach immer mehr wächst. Dadurch ist es halt für viele ein No-Brainer, einfach da Geld zu investieren, weil du sagst, okay, wir kriegen die Kohle ohne Probleme zurück. Weil wenn du dir anschaust, die Verkaufzahlen von einzelnen Trikots, das ist unfassbar. Also da verkaufen die Vereine gleich mal zwei Millionen Trikots in einem Jahr. Ja, und teilweise sind Trikotpreise, das kommen wir später natürlich danach, aber am internationalen Markt ja echt arg. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr, war das noch letztes Jahr, hat Neapel noch eine Manika? Ist ja jetzt auch noch so. Ist jetzt auch noch so? Okay. Da hat das Auswärtstrikot oder das Sondertrikot 350 Euro gekostet. Wirklich? Aha. Das war halt ein schwarzes mit Gulden im Nadelstreifen oder so irgendwie und dem Imperial Money Symbol für 350 Euro. Oder auch dieses türkise Miami-Tress mit Messi-Beflockung in der Pro Edition, was auch immer das dann ist. Mit dem Bundesliga-Stempel drauf. Wahrscheinlich, ja. Mit dem MLS-Bundesliga-Stempel und Max-Mobil irgendwo und drüber. Hat auch 270 Euro gekostet. Oder Dollar halt, ja. Aber wir werden sehen, wenn wir auf die österreichischen Preise schauen, das ist gar nicht, beschrägt sich auch dort, wo die Reise hingeht. Vielleicht noch ganz kurz, der Vorständigkeit halber, würdest du dir einen Sponsor aussuchen müssen, einen Ausstatter aussuchen müssen, ob es jetzt von den drei? Was für einen wäre es? Hummel. Hummel? Ganz klar. Weil du ein wilder Hummel bist? Nein, Hummel ist einfach geil. Die machen geile dänische Trikots. Ja? Ja. Ganz klare Meinung, finde ich gut. Ja, Hummel finde ich super. Nein, es gibt tatsächlich natürlich mehr. Also Kappa macht coole Trikots, finde ich. Umbro ist immer so historisch gesehen geil. Ja. Man hat immer coole Sachen gemacht. Spricht man es eigentlich wirklich Umbro aus, da bin man mir nicht sicher. Oder Umbro. Keine Ahnung. Oder Umbro. Ist für mich ganz klar in der Kategorie der Mittelständler. Ja. Weil Umbro eben die Zollen vorliegen. Hummel stattet ja fünf Clubs aus in den Top-5-Ligen Europas. Also die, aber auch dort. Was dann? Ich weiß kein. Was denn? Von Hummel? Ja. Das ist jetzt nicht auswendig. Okay. Aber auch dort sind die Marktführer die gleichen. Ja. Puma hat die meisten, Puma hat nämlich lustig, weil es die meisten Clubs in den Top-5-Ligen in Europa mit 17 Clubs. Aber schauen wir jetzt mal nach Österreich. Ich will nur ganz kurz, was hättest du denn du genommen? Ich glaube Umbro. Okay. Finde ich sehr, sehr gut. Ich lese auf meiner Listen. Bei den Verfolgern lese ich so Sachen wie Mizuno. Ja. Da habe ich noch nie gehört. Da gibt es sogar Schuch dazu. Aber das muss schon ein Exote sein. Das kann ja nicht ein Verfolger sein. Also Exote ist unter der Kategorie die Exoten, weil das sind diejenigen, die maximal die einen Ausstotten, wo dann unter anderem so, Napoli hat ja einen exklusiven Ausstotter mit Emporia Armani. Da steht auf meiner Listen zum Beispiel Mailand dabei. Passt irgendwie hin und vorne ganz sauber. Mailand ist, wo die Marken herkommen. Ach so. Du liest die Statistik falsch. Nein, aber es gibt ein paar Exoten. Aber wenn wir nach Österreich schauen, da ist auch dort der Platz Adidas, startet ja vier Clubs in Österreich aus mit Rapid, Lask, Hartberg und WRC. Aber kein Trikot ist so schön wie das für Hartberg. Übrigens, ich habe jetzt im Hartberg-Trikot im Fanshop nachgeschaut, unter all den Logos ist es ja tatsächlich ein ganz nettes Trikot. Nur sieht man es halt nicht, weil halt die ganzen Logos drauf sind. Aber du kannst ja im Hartberg-Shop ja nicht das echte Trikot kaufen mit den ganzen Sponsoren. Ich weiß das, weil ich habe dir das echte Trikot besorgt. Und an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Stefan Adlmann besitzt ein Original-Hartberg-Trikot der ersten Mannschaft. Und ich habe mir wirklich gewünscht, dass es heute anzeigt, wenn wir doch über Trikot sprechen. Aber die Leute, die unseren Videopodcast schauen, werden feststellen müssen, er ist offenbar bei Bandit gelandet, weil er ist komplett in schwarz. Diese Werbefläche ist noch zu kaufen. So, ich bin fertig. Entschuldigung. Danke für den Rant. Ja, gerne. Nein, aber das hat mich tatsächlich schockiert, dass du bei Hartberg wirklich ein durchaus schönes Trikot findest unter all den Sponsoren. Aber schauen wir jetzt mal auf die Statistik der Preise. Wer hätte damit gerechnet, ich meine, anders jetzt, es spiegelt ein bisschen das Selbstbewusstsein wider, aber der Lask wirft die selbstbewusstesten Preise auf. Das macht für mich total viel Sinn, weil der unsympathischste Verein, und das hat der Lask sich nicht allzu schwer erarbeitet, aber er hat es mittlerweile erarbeitet, hat natürlich den geschissensten Pressenpreis. Ich hoffe, sie verkaufen gar keinen. Ja. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. An all den Lask-Fans da draußen tut mir leid. Nein, aber sie werfen tatsächlich den höchsten Einstandspreis für ein Trikot auf. 99,95 Euro für die schlankste Ausprägung vom Trikot. Und Lask ist bei Adidas, oder? Das ist Adidas, ja. Ist noch ohne Beflockung und so weiter. 99,95 Euro. Ja, Wahnsinn. Weil, was man nämlich auch sieht, ich könnte theoretisch jetzt auch eine Wertung über die Usability der Fanshops abgeben, aber das machen wir jetzt nicht, aber was man sieht, fast alle haben halt die Zusatzoptionen, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen mit Beflockung, logischerweise, und auch, wo es viele haben, du kannst dann halt deine ganzen Badges aufdrucken und so weiter. Was auch ehrlich gesagt voll cool ist. Was voll cool ist, aber was du natürlich dann gleich einmal deutlich mehr zu hast. Du hast übrigens Sturm, derjenige, der mit unter den, nein, der GRK, Entschuldigung, den größten Sprung macht, weil der GRK ist auf der anderen Seite der Liste, der GRK hat den niedrigsten Einstiegspreis für Fans, nämlich 54,90 Euro für das Trikot, aber wenn du inklusive Beflockung und alle Badges haben willst, 139,90 Euro. Wow, fuck. Okay, das ist wirklich da. Das ist dann wirklich, da werfen sie total selbst. Das kostet mehr als doppelt so viel, wenn man es befloggt. Das ist ja Wahnsinn. Ist es das gleiche Trikot, oder ist das dann ein anderes Trikot? Nein, das ist das gleiche Trikot. Ist hier das nicht so ein Performance-Trikot oder so? Nein, nein, die einzigen, die wirklich so ein Match-Worn-Performance-Dings machen, sind die Salzburger. Die haben ein Heimtrikot, das startet mit 94,95 Euro und das Heimtrikot Pro, weil das ist offensichtlich dann dieses Authentic-Irgendwas und das startet mit 140 Euro, aber inklusive der ganzen Beflockung und Badges kommst du auf 170 Euro bei Salzburg. Also auch dort sind sie, sagen wir mal so, Branchengrößus. Dir ist klar, welcher Bundesliga ist der meisten Trikots verkauft, oder? Ja, ich schätze mal Rapid. Aber mit Abstand. Also auch wir haben ja dort, wenn wir jetzt unsere Trikotpreise nach Meistergruppe und Qualifikationsgruppe teilen müssten, haben wir den Lask in der Meistergruppe, Salzburg, Rapid, Austria Sturm, die fünf großen, sind auch diejenigen, die am meisten Geld verlangen für ihre Trikots im Standardpreis und Alltag. 80 Euro, sagt Alltag. Aber man muss zur Verteidigung sagen, es trennt Alltag nicht viel von denen, die nachkommen. Und Alltag ist bei den Optionen sehr günstig. Alltag ist bei den Optionen sehr günstig, weil inklusive Beflockung und Badges 85 Euro. Also fünf Euro ist wirklich ein geringes Spiel. Wo der GRK für alles 80 Euro aufschlagt, wenn du alles drauf hast, schlagt Alltag fünf Euro auf. Jetzt habe ich noch ein Ratespiel für dich. Was für ein Verein verkauft, am wenigsten Trikots? Ich vermute mal die WSG Dirol. Muss fast sein, oder? Ja, ob du im Verein überhaupt jeder eine hat. Nein, aber die WSG Dirol ist von hinten. Aber Alltag ist tatsächlich, die sind die Einzigen, die haben es auch noch geschafft, über den Strich. Ganz knapp, weil nur fünf Cent teurer im Einstundpreis als Hardberg. Aber es bleibt ganz klar, die Budgetoption, ich muss ja schon sagen, möchte man jetzt einfach mal in den Fußball reinschnuppern und würde gerne ein Trikot tragen. Dann kaufe ich mir ein GRK. Dann geht man zum GRK und sagt 54 Euro. Und auf die Frage, darfst du eine Beflockung und Badges sind auf Karn voll? Also wirklich Pro-Tipp für alle da draußen, wenn sie im GRK-Shop sitzt und es fragt euch, wer nach Beflockung, jo, nicht drauf einsteigen. Ihr zahlt dann 80 Euro mehr für… Upselling nennt man das. Das nennt man Upselling, ja. Ja gut, okay, also die Bundesligisten haben lustige Trikotpreise, sie haben auch lustige Trikots. Ja, es ist ja selbstbewusst, also wenn du sagst, okay, weil wenn du jetzt wirklich bei allen Großen dir anschaust, das Trikot inklusive Beflockung, die haben natürlich immer versucht, was ist das, was ich am meisten Geld ausgeben kann? Also überall Stefan Nummer 10 und alle Badges drauf. Bis beim Lask bei 126 Euro, bei Salzburg bei 123 beziehungsweise 168 Euro, wenn du die Pro-Edition nimmst, bei Rapid 119 Euro, bei der Austria 135 Euro, bei Sturm 115 Euro und bei allen anderen bleibst du dann, es gibt, der WAC hat sogar eigenes Match-Wallen-Trikot, 120 Euro, aber die trauen sich schon was aufwerfen. Zum Beispiel auch spannend, Klagenfurt inklusive Beflockung und Badges 125 Euro, das muss der auch verkaufen. Du, aber jetzt eine Frage, was die Spielfrei-Hörerinnen und Spielfrei-Hörer, die interessiert so wirtschaftliche Sachen auch, weil sie sind sehr kluge Menschen, aber das sind natürlich auch Leute, die interessiert Meinung. Ja. Was ist denn das schönste Bundesliga-Trikot? Das schönste Bundesliga-Trikot? Wenn ich jetzt von oben durchgehe, es ist nicht der Lask, Salzburg ist okay, aber Salzburg wird sicher nicht die Kategorien gewinnen. Rapid finde ich tatsächlich ganz schön, muss ich sagen. Die haben da sicher, Macron von Austria, finde ich nicht, Schein-Sturm ist extrem uninspiriert. Alter Hartberg, theoretisch, wenn du das Trikot sehen würdest, finde ich es gar nicht so schier. Und alle anderen finde ich auch unspektakulär. Das ist nämlich genau der Punkt. Nein, tatsächlich, ich muss, der GRK hat schon ein gutes Set präsentiert, muss man sagen. Also ich finde, der GRK hat einen guten Job in der Merchandise, habe ich auch lange gemacht. Oder halt, wer ist der Ausstatt da, haben wir gesagt? Macron, oder? Macron, die haben zumindest einen guten Job gemacht. Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, also jetzt nicht wegen dem GRK oder so, sondern ich finde tatsächlich, die österreichische Bundesliga kann nicht auftrumpfen mit der Optik. Im Gegensatz zu jeder anderen Liga eigentlich fast, wo mindestens ein cooles Trikot dabei ist. Wir haben eh schon ein paar Mal darüber geredet. Ich finde halt einfach, wir sind ein Land, in dem Ästhetik ganz wenig Rolle spielt, oft einmal. Dafür mögen wir gerne Bier, zählte. Nein, wirklich. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass die Trikots in Italien so ausschauen, wie sie ausschauen und die Trikots bei uns so ausschauen, wie sie ausschauen. Muss man wirklich sagen. Na gut. Zumindest geben sie alle nicht mehr die Blöße, von den ganz Customized Trikots zu sprechen, was du einfach weißt, okay, das ist das Standard Trikot von dem Ausstatt und Tuch in der Farbkombination gekriegt. So wie damals, kann ich mich nicht erinnern, war das Sturm da für den Lotto. Mit dem Lotto war das den Plätzchen. Was wir dann erklärt haben, unten ist die Mauer und auf das Grüne soll die Steiermark sein. Und du siehst, aha, 15 andere Vereine laufen mit dem gleichen Trikot herum. Was ist das, auch die Mauer für alle? Die Mauer ist für alle da. Die Mauer ist für alle da, wirklich. Also keine Ahnung. Ja, ist schwierig. Du bist jetzt schon woanders unterwegs. Ein Satz nur zur österreichischen Bundesliga und Trikots. Was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist, wir konzentrieren uns da jetzt ganz stark auf die erste Mannschaft natürlich, weil das ist der, der im Fokus ist. Wichtig ist natürlich, dass bei so Ausstatterverträgen ja oft nicht nur die erste Liga, also die erste Mannschaft ausgestattet wird, sondern der ganze Verein. Und dort rennt sich natürlich die Spreu vom Weizen massiv. Ich weiß das noch von einem österreichischen Bundesligisten, wo es schon darum gegangen ist, dass so unbekanntere Ausstatter halt, da kriegst du halt die Wäsche für die U14 gratis und bei Adidas Nike musst du das halt eher kaufen. Also da ist ein bisschen mehr als wie jetzt nur wir sponsern da ein bisschen was zum Trikot und wir machen da Geiles, sondern da hängt schon was dran. Also man darf das oftmals nicht nur auf die erste Mannschaft umlegen, sondern man muss halt auch schauen, dass halt Jaco potenziell mehr Sachen hergibt als wie Nike. Und viele, und das war mir auch lange Zeit nicht bewusst, viele von diesen Zwischenhändlern, die du heute mittlerweile am Markt hast, deren Geschäftsmodell baut auf der Beflockung auf. Jetzt nicht im Sinn von die Fans, die die ganze Beflockung kaufen, aber einfach, wenn du sagst, du startest eine Mannschaft aus und viele nicht, die Großen werden natürlich gesponsert, aber viele andere müssen sich das selber kaufen. Und da kann es gleich mal sein, dass eine Amateurverein 10.000 Euro im Jahr nur für Beflockung ausgibt von den Trikots, weil er halt seine eigenen Nummern druckt und so weiter. Also das ist dann schon für alle Teams und so weiter, du legst schon wirklich viel Geld mitunter. Also das ist oft schockierend. Auch lustig bei der Beflockung, diesen Satz, manche Ligen geben die Beflockungsschriftart vor. Ja, finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Und das ist dann immer witzig, weil die Teams international dann mit einem eigenen Flock spielen. Oder darf es sogar nicht nur international, sondern sogar auch national in einen Cup bewerben. Ja, genau. In England zum Beispiel, IFL Cup spielen sie, Carabao Cup spielen sie alle in anderen. Ich glaube, also wer uns jetzt noch zuhört, muss ich wirklich sagen, ich habe wirklich Interesse am Thema Trikot. So wie wir auch. Mir taugt es extrem. So Stefan, wir kommen langsam zum Schluss. Was müssen wir noch besprechen? Nein, wir müssen halt, jetzt ändert die Feelgood teil und jetzt müssen wir halt über die Sachen reden, über die doch relativ große Darkseid auf der Merchandise Moon. Es ist ganz einfach so, da ist ein riesen Problem, das wir vor uns hinschieben, das alles andere als Ghana wird. Und zwar ist es ein riesen Müllthema, das wir haben. Also du hast allein die fünf größten Trikotverkäufer der Welt. Liverpool, United, Real, Barca, Bayern. Das sind die fünf Klubs, zumindest laut der Statistik, in der Saison 2022, 2023, haben gemeinsam 8,2 Millionen Trikots weltweit verkauft. Und das sind nur die fünf größten Verkäufer. Da kommen hunderte und tausende Vereine, die Trikots verkaufen. Wo du sagst, das ist nachvollziehbar, weil Vereine machen damit Geld. Aber du hast halt zwei Seiten, die darauf drucken, dass immer mehr verkauft wird. Das sind die Hersteller von Trikots, die wollen immer mehr verkaufen. Und das sind die Vereine selber, zu Recht, weil sie sagen, wir müssen irgendwie Kohle machen. Aber das führt ganz einfach dazu, dass jedes Jahr x neue, tausende neue Trikots auf den Markt kommen, die dann quasi gesagt werden, du musst das kaufen jetzt. Das heißt, wir haben einen riesen ökologischen Fußabdruck, das kennt man sowieso aus der Modebranche. Und was halt sehr bedenklich ist jetzt im Fußball, ist, dass gerade ein paar sich gegenseitig bestärkende Trends zusammenkommen. Das eine ist das ganze Thema mit den Third Kids, also mit den Ausweichtrikots. Es ist fürs Auge natürlich wunderschön, wenn du coole Fashion Pieces hast. Nur das dritte Trikot ist mittlerweile nicht mehr das, was du gesagt hast, okay, wir brauchen es halt auch für den Notfall. Sondern nein, da gehen die Vereine ganz bewusst in eine Moderichtung, um neue Kundensegmente aufzumachen. Da sind dann halt Leute Napoli-Adressen kaufen oder keine Ahnung, oder sonst Genua-Adressen, weil es einfach wunderschön ist. Und das ist ja auch wunderschön, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Nur machst du nun noch viel mehr auf an Kunden, an ökologischen Fußabdruck. Dann kommt dazu das ganze Thema mit den Influencer-Collaborations, was es immer mehr gibt, wo du sagst, okay, unser drittes Trikot haben wir mit dem und dem Influencer gemacht. Und das ganze Fast-Fashion-Geschichte halt auch noch. Dass du sagst, okay, es gibt dann noch für das eine Spiel noch ein eigenes Trikot, das wir produzieren lassen müssen und so weiter und so fort. Und das ist dann schon alles, das führt dazu, dass wir da schon ein riesen Umweltthema haben, wo selbst die besten Bekundungen im Supply-Chain-Bereich nicht viel helfen. Wenn es dann heißt, okay, nein, wir achten uns auf die Nachhaltigkeit. Ja, nachhaltig ist vor allem, jeder weiß, nachhaltig ist nichts Neiges verkaufen. Und es gibt dagegen Ströme. Ich habe leider natürlich wieder den Verein vergessen, leider. Vielleicht können Sie immer da draußen helfen. Wenn Sie das wissen, schreibt es auch in der Redaktion in den Spielfonds.de, die sich bewusst zu entschieden haben, die Trikots ein Jahr lang nicht anzukaufen. Das ist nämlich das wirklich nachhaltige Problem. Das ist das Einzige. Also das Nachhaltigste ist, Dinge nicht zu kaufen. Aber weißt du, was Vereine das machen? Weiß ich nicht. Aber Dinge nicht zu verkaufen, weil du es wiederverwendest oder weiterverwendest. Das ist das Einzige Nachhaltige, die Dinge nicht zu produzieren. Und seien wir uns ehrlich, es reicht völlig. Es reicht völlig, aber man hat halt diesen doppelten Verkaufsdruck. Du hast die Hersteller, die das nicht wollen und du hast die Vereine auch nicht, die das wollen. Weil sie sagen, schau her, für uns spielt es eine riesengroße Rolle. Aber irgendwas musst du machen. St. Pauli hat es ja eh versucht. St. Pauli hat versucht, nachhaltig gefertigte, faire, transparente Supply-Chain und Händler zu finden. Sie haben keinen gefunden. Deswegen haben sie dann angefangen, das Ding selbst zu machen unter DIY. Da haben sie ein eigenes Unternehmen gegründet, um die eigenen Trikots zu produzieren. War ganz cool, muss man sagen. War cool und haben es auch drei Jahre lang gemacht, aber mit der Saison haben sie jetzt auch aufgehört. Geht es wirklich einfach nicht aus. Da sind sie jetzt auch zu Boomer gewechselt. Das heißt überhaupt nicht, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss. Aber es ist einfach ein riesengroßes Thema und die Mode spielt da halt richtig groß ein. Mit der ganzen Fast-Fashion-Geschichten und so weiter. Da ist der Fußball halt dann auch nicht gefeit, weil er halt, der Fußball hat sich zu diesem riesengroßen Markt und turbokapitalistischen Dings entwickelt und Trikots und Ausrüstung sind halt die Sperrspitze davon. Und das muss man halt wirklich sagen. Genau, und wer tragt es nach außen? Das sind die Spieler. Und ich glaube, auf das müssen wir jetzt auch noch kurz eingehen. Es gibt natürlich so, einerseits gibt es halt so Menschen, die in Marken, man muss ja sagen, Menschen, es sind hauptsächlich Männer, vor allem im Fußball. Also die Frauen spielen dann nach wie vor, wie überall anders, auch im Fußball leider eine untergeordnete Rolle. Aber es gibt halt so Menschen, die wirklich in Marken verankert sind. Man denkt dann an David Beckham. Im Basketball wäre es natürlich Michael Jordan oder so, die halt dann auch Aktionäre von diesen Marken wären. Oder auch Messi oder halt da die ganzen Jungen. So jetzt halt, wer sind die Cool Kids at the Gossip Table? Das sind halt die Mbappés und Hallands dieser Welt, die schon auch richtig, richtig viel Trikots verkaufen. Also Halland-Trikot ist, glaube ich, momentan wirklich, wirklich vorne dabei, oder? Ja, definitiv. Aber wir sind schon lange über den Punkt hinaus, dass man die, also die Maschinen wirst du nicht mehr aufhalten können. Die Sportartikelhändler werden sich die großen Sportler suchen und damit sie Werbung dafür machen. Es ist arg gesagt, wie sehr es da komplettes ausgereizt wird. Und wir haben die heutige Episode gestartet mit Schalke reduziert den Preis für Wasser, um es vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Gleichzeitig siehst du halt auch, wie der Fußballfeld in vielen anderen Bereichen halt komplett ausdruckt wird. Wenn selbst in Österreich, und ja, Qualität muss es in den Preis haben, aber irgendwann spielt es dann auch, macht es, folgt es keine Logik mehr, sondern es folgt dann der Logik, weil es alle machen. Und weißt du, wenn du mal ein paar hast, die vorausprescht sind, ist nichts leichter als nachziehen. Und du bist halt mittlerweile bei dem Punkt, dass du im Schnitt deine 120, 130, 140 Euro zahlen willst, wenn du ein Originaltrikot mit allen Spülereien haben willst. Und wenn du dann als Familie deine Abos brauchst, deine Trikots haben willst, für die Kinder die Sachen haben willst, und dann im Stadion für ein Getränk 5 Euro zahlst und so weiter, dann ist der Sport nicht mehr so massentauglich, er ist nicht immer extrem massentauglich, brauchen wir nicht reden. Aber es ist nicht mehr das Gleiche. Also du wringst die Leute schon sehr, sehr aus, muss ich sagen. Und erst massentauglich, aber erst nicht breitentauglich, macht das Sinn? Oder so, ja. Also gesellschaftlich. Also ich glaube halt, wie gesagt, jeder, der sich da draußen von euch das neue Trikot kauft, finde ich cool. Ich brauche es kein schlechtes Gewissen haben, dass ihr das Trikot kauft. Ja, der Onkel Stefan hat gesagt, es ist okay. Nein, habt ihr kein schlechtes Gewissen, wenn ihr das vor vorher gesehen einmal tragt. Oder das vor drei Jahren, weil es wurscht ist. Weil es einfach wurscht ist. Cool ist, ein Trikot zu tragen im Stadion. Oder sonst irgendein Merch vom Verein. Aber es ist echt wurscht. Das ist ein schöner Schlusswort. Zirkt euch an in den Farben eures Vereins. Genau, aber es muss nicht unbedingt immer nur das Neueste sein. So ist es. Genau. Gut. Gut. Vielen Dank, Stefan, für die wunderbaren Recherchen. Für die besondere Gespräche. Für die neue Recherchen. Für die neue Recherchen. Für die neue Recherchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn es das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020